Money, 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 must be funny. Ach, ist das Leben schön. Im Job klappt mittlerweile alles wunderbar. Zeit für Herrn Müller, seine Golffertigkeiten weiterzuentwickeln. Mit ein bisschen Übung. Ja. Oh nein, erwischt. Ach, verdammt. Die Personalkostenanalyse. Die hat er doch glatt vergessen. Cool bleiben. Kommt sofort, Chef. Kommt sofort. Dann mal wieder an die Arbeit. Und jetzt hat er echt gedacht, der Job wäre langsam easy. Was soll's. Höchste Zeit, sich an die Modelle der Kostenanalyse zu erinnern. Höchste Zeit, sich an die Modelle der Kostenanalyse zu erinnern. Höchste Zeit, sich an die Modelle der Kostenanalyse zu erinnern. Vielen Dank.